Außer, dass man schwer dumm aus sich schaut. Ich bin ein Haie! Ja, genau. Komm her, klärt den Weg, die Haie auch schnell rum. Und, was müssen wir als nächstes machen? Keine Ahnung, ich bin nicht auf das Sprite-Laufig gekommen. Super! Ah, du, jetzt habe ich noch vorbei! Ja, nein, befreien oder was? Warte mal, lass dich fest an, ich meine. Ich fisch nicht eh für den. Ja. Tötet, krieg's für's bla bla bla. Ja, ist da neben uns steht. Ich ist da, und ich gif's mir e Schlüssel, which I can open with the door. Wie ich das zuerst gesehen habe, haben wir so gedacht, was, Illidan? Hä, what the fuck? Illidan. Blöd, wenn man sich verliert. Oh, krass, das krieg ich. Der Illidan ist ja noch einmal 26 oder was zusammengefangen geworden. Nein, ich hab's nur gesehen, Illidan Schliessl oder so. Warte, fuck. Illidan. Aber blöd, wenn man sich heute verliert. Nein. So, ich geh mal zur mechanisierten Luft. Oh, komm mal. Luft, blöd, 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 blöd. So, komm mal, komm mal. Oh, der warmste. Ah, das ist schön. Nein. Als Hordler aus dem Ohr ist durchlaufen müssen und killen müssen. Als Arli kannst du durchlaufen. Und noch einmal Boilenglas. Bei dem kriegst du Fußboilenglas. Also, pass auf. Habt ihr das für Hunde auch geholt? Nein, wir sind nicht so halb, halb. Also, hm, sieben. Wahrscheinlich kriegst du schon zwei Ballen, nur ein Ballen. Ja. Siehärz. Ich verstehe das nicht mehr nicht, warum ich im Holbe Ulfe einen Wecker drin hab im W.A.W. mit Wasser wechseln. Naja. Ich will's gar nicht mehr wissen. Oh, das bist ja du. Wo? Wo? Da oben. Wo bin ich? Nein, ich bin... Wo, 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 ja. Wo, wo, wo. In der grünen Hütte. Wo's komplett... Wo's komplett ausgestecht aus dem Gelbom. Ja. Schon cool, oder was? Ja, ja. Ja. Entredüre, du de. Queste Abgabe. Du misst mal die Hügele rauf. Ein Schradler war's durch. Schau's. Also... Also... Ja, so ziemlich. Nur da haben wir eine Quest gehabt, das ich sowieso umbringen hab müssen. Ah, das war ja gleich was wie der Wurscht. Und als Hordler war halt der Vorteil, mit der letzten Quest hab ich die Bomben einfach auf die Oli schmeißen können. Und da war dann ein großer großer Krater. Ja. Aber ich schätze, dass alle das nicht. Ja, wahrscheinlich schon halt auf der Horde-Seite oder was. Hm. Wasser. Ich krieg eine Eiscreme. Ey! Ja. Ja. Ja gut, mach mal schnell. Was haben wir denn da? Hm. Ach so, es geht eh schnell, ja. Da müssen wir die Goblin ernten, müssen wir abbringen. Lord, mit einem fetten Flammerwerfer. Ja. 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 Ich f*** dich dann, Murl. Das ist ein Scheiß. Ich hätte überquäst. Ich f*** dich mal rein. Nein. So, jetzt brauchen wir eh noch mehr Komplineanter. Gar nichts. Also, wir sind schon fertig. Ja, ja. Warte mal, ich kann dir irgendwas abschießen. Das ist weg. Hm. Dann können wir uns abgeben. Hallo Herr Schmied. Was hast du denn als mit Lederketten? Gar nichts. Der Fischbetäuber. Ja. Hat am meisten zum Verkauf. Aber im Hinblick was zum Verkauf. 3.300 EP. Ja. Wenigschens schwasch. Jetzt haben wir schon gebetet den Rub. Es rappelt im Säge. Ach so, ich kann mir da was aussuchen. Was ist am meisten wert, die Oxt? Hanses Wilderritt. Eine Eiscreme. Und schon aufgeissen. Ehre dem Königfreund. WTF? Wir sind weit, bist du schon wieder vor mir. Ich bin auf 29. Lol. Na gut, mir fallen nur 3 Balken. So. Wie viel? 3. Das ist nicht viel. Sonnheit. Alter, wie viele Quests sind denn da jetzt da? Hallo. Oh, genau. Was? Noch mehr Quests. Noch eine... Base. Krieg's bei der Quest da. Bringt sie dir das Konings. Geist eines Hochgeborenen Einfangen. Irgendwas Einfangen halt. So, wo ist jetzt... Ah, jetzt kann man da so weit oben hatschen. Geht da oben? Ja. Zum Anlegen gebunden. Zum Anlegen gebunden. Nice. Hallo? Achso. Achso, die Auntinger. Ja. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Sillyf getötet? Müssen wir jetzt nach Sillydus oder was? Mit Level 28 oder 29? Geht's ja aus, geht's ja aus. Okay. Du stoppen mal kurz, ich geh mal schon unten was holen. Ja. So, da sind wir wieder. Bist du? Ja. Nein, wir können gleich von da oben drüber hatschen normalerweise. Okay. Hoffe, halt. Ist doch nämlich... Da oben. Führt ein Weg. Ich schleuchte blau. Du bist blau. Nein. Das malst du dich grad. Du nämlich. Ich mein, wer hat sich da außer dir irgendeinen komischen Goblin mit Englisflögeln fliegen? Anscheinend du. Na. Na. Gott, Alter. Zwei Quests links und zwei Quests rechts. Crap. Na ja, fangen wir mal an. Spinni, spinni, spinni. Yippie. Ich kann das noch nicht��리ßen. Ach我觉得 ich kann das noch nicht. Det buren? Er ist noch nicht bereit. Er ist noch nicht bereit. Er kann das noch nicht Dynastyile nichtkelen. Er ist noch nicht bereit. Aber wünsch=" du das nicht. Du dieses Kindhof für Deine abstraction und von der Standort für Du professionelle zu Sacredport für dein Gegenbeut. manera? Ich bringe auf den Weg nach. Für mir wieques Baby Playing Es ist am collectorsen, ging es nach wie 작은 Wecky Perché. Appah!